So, herzlich willkommen bei der Delta Force und bei der Delta Force und dem Mitarbeiter namens Frost, den wir hier gleich spielen. Witzig, Jan, hallo. Ja, total. Ja, ich hoffe, von dir kommt noch ein bisschen mehr als diese doch wirklich sehr störenden Zwischenberufe bei unserem Aerial Games Vorspiel von Call of Duty Modern Warfare 3. Kurzer Hintergrund, wir haben jetzt am Wochenende erstmal den Singleplayer komplett durchgespielt und wie immer kein sehr langes Unterfangen. Also ich habe jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad 6 Stunden 20 gebraucht. Ich denke mal, draußen die ganzen Supervoll-Profis sterben nicht ganz so oft, dürften das in 5 Stunden schaffen. Es ist also in der Beziehung genau das, was man so von den anderen Modern Warfares gewohnt hat. Dann haben wir noch in den Spec-out-Modus reingeguckt und das Beste, wenn wir euch jetzt zeigen, Multiplayer konnte ich mir noch nicht so richtig testen, weil da die Server noch nicht ganz so funktionieren, was auch kein Wunder ist, denn offiziell kommt es ja erst morgen raus. So, und als Berliner Redaktion, die wir von Aerial Games nun mal sind, was liegt da näher als Präsentationslevel natürlich den Abschnitt von Call of Duty Modern Warfare 3 zu nehmen, der in Berlin spielt. Und man muss sagen, wenn man jetzt hier gerade so rumkriecht, man erkennt es nicht direkt wieder, oder? Nee, also, sieht einfach wie irgendeine Stadt aus und sieht ein bisschen aus wie ein Teil von Transformers 3, wo ein Haus zerstört wird. Aber wie immer in dieser Mission, was ich auch immer hasse in Filmen oder überhaupt irgendwas, ist dieses so Zeitspringen, 20 Minuten vorher. Und wir sehen, wir fliegen jetzt hier mit Hubschraubern ein in Berlin. Nun sind wir selber, also du bist ja zugezogener Berliner, ich wohne hier schon seit über 30 Jahren. Ich muss sagen, ja, teilweise so Skyline-mäßig, das soll hier wohl die Spree sein. Das ist teilweise aber wirklich, muss man sagen, nicht besonders lebensnah detailliert nachgebaut worden. Und dann, wie immer, sind die auch alle Marken und sonst was, sind alles solche Fantasienamen. Also, es geht zum Beispiel darum in dieser Mission, dass wir die Tochter des russischen Präsidenten befreien und die befindet sich im Hotel Reisdorf. Ich kann dir eins versichern, wenn man das jetzt im Telefonbuch sucht, es gibt kein Hotel Reisdorf in Berlin. Das sind alles so künstlerische Namen. Man muss sagen, die Story von Modern Warfare 3 bringt eigentlich diese ganze dritte Weltkriegsgeschichte jetzt zu einem Abschluss. Also, wer da, genau, wer da ein bisschen beunruhigt ist, der kann jetzt endlich aufatmen. Die Geschichte wird jetzt endlich zu Ende geführt. Das ist ja quasi dieser große Story-Arc von Modern Warfare 1 und 2 und 3, der halt sich um diesen ganz besonderen Bösewicht Marakov dreht, der da sozusagen den dritten Weltkrieg verursacht und Russland gegen Amerika gegeneinander aufhetzt. Das führt eben dann dazu, dass hier zum Beispiel die Russen in Berlin einmarschieren. Aber man kämpft dann eben auch später nochmal, also am Anfang des Spiels relativ nah, befreit man ja New York von den Russen. Ich will gleich mal eins zu Anfang sagen. Es ist im Vorfeld auf der E3 und sonst immer gern dieser Level gezeigt worden, wo New York befreit wird. Das stimmt, dass man mit dem Schlauchboot oder dem U-Boot. Erst ist man mit so einem Unterwasser-Ding, macht eine Mine an ein russisches U-Boot an, dann taucht das russische U-Boot auf, dann geht man da rein, räumt das U-Boot und anschließend benutzt man die Raketen des russischen U-Boots, um die ganzen anderen Schlachtschiffe, die von New York liegen, zu zerstören und flüchtet dann mit dem Schlauchboot. Das dürften die meisten von euch da draußen schon kennen, aber ich muss sagen, das ist der spektakulärste Auftrag in dem ganzen Spiel. Also wer jetzt glaubt, dass es in dem Tempo immer weitergeht, dem muss ich schon mal sagen, nee, nicht ganz. Es gibt noch eine Mission im entführten Flugzeug, die ist ganz cool, weil halt das Flugzeug so Loopings macht und so und dann andauernd so die Schwerkraft in dem Flugzeug sich wechselt. Das haben wir auch gerade in diesem Live-Action-Trailer gesehen mit Jonah Hill und Sam Worthington. Die haben das auch so nachgestellt. Das sind die Highlights, aber ansonsten muss ich sagen, ist das Ganze hier sehr dienst nach Fortschrift, aber natürlich mit dem guten Effekt, dass halt die Geschichte endlich aufgelöst wird. Klar ist es mal wieder so, es sterben wieder ein, zwei Leute aus der Hauptbesetzung, aber es ist zumindest kein Cliffhanger-Ende oder ein irgendwie, wir sehen uns demnächst, sondern die Reihe kommt zumindest storytechnisch jetzt hier mal zum Ende, was vielleicht auch heißen könnte, dass eben Modern Warfare jetzt dann auch endlich mal wieder frei hat und nicht mehr immer mit Captain Price und Soap McTavish und so arbeiten muss, sondern vielleicht gibt es ja auch irgendwann wirklich so ein Future Modern Warfare. Es gibt, was es hier drin auch wieder gibt, muss ich sagen, ist wieder so eine Aufregermission, klar. Es gibt hier zwar nicht, dass man irgendwie auf Zivilisten ballern muss im Flughafen, wie in diesem No-Russian-Level. Es gibt hier einen kurzen Abschnitt, wo man halt in die Rolle von seinem Familienvater versetzt wird und dann drei Meter läuft und mit der Kamera seine Frau und sein Kind filmt in Paris, äh in London, verzeihung, in London, und dann explodiert eine Autobombe und alle drei sind tot. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das wieder notwendig war. Ich finde es nicht überflüssig, ich finde es jetzt aber auch nicht ganz so schlimm. Es ist nicht vergleichbar mit dem No-Russian-Level, wo man selber als Spieler halt Zivilisten abknallen muss. Es ist ja, man, die Opferperspektive ist da ein bisschen besser, ähm, weil man halt eben, wie gesagt, nur diesen Familienvater steht, aber warum man jetzt unbedingt diese drei Schritte machen muss. Ich meine, guck mal, wenn du dir jetzt das hier so anguckst, wie Berlin hier aussieht, da hinten der Fernsehturm, ähm, es ist ja klar, dass Krieg irgendwie scheiße ist. Ach, da ist der Alex. Da hinten im Label, ja, ja, da ist der Alex. Aber wo das hier sonst sein soll, also ich habe keine Ahnung, das ist hier klar in der Mitte, aber da unten so ein Kreisverkehr und sowas, also da müsste ich nochmal mit Google nachgucken, aber aus der Sichtachse, also das ist irgendwie sehr seltsam. Sehr, sehr freie Interpretation von Berlin. Jetzt kannst du übrigens mal meine überragenden Scharfschützen-Skills hier sehen. Das, ähm, hier. Ja, das ist doch mal Skilled. Ja, ja, ja. Und wieder geht das an, oder hast du die andere Szene dann rausgeschnitten? Ja, die andere Szene kommt auch. Ich bin da auch wirklich, äh, ich spiele mit offenen Karten. Es ist, äh, ja, einer nach dem anderen. Nee, ähm, wie gesagt, warum man immer so ein aufreger Level drin hat, wie gesagt, ich bin einer, der über Homefront extrem abgekotzt hat bei diesem Intro, was dann noch so interaktiv war, da waren wir irgendwie ein bisschen zu düster. Und hier bei dem, bei dem Level halt wie ein Mädchen, was bestimmt die meisten Leser auch schon als Video gesehen haben. Na gut, kann man haben, muss man aber nicht. Grundsätzlich trotzdem, auch wenn die Schauplätze ganz abwechselnd sind, reichst sind, äh, Paris, London, Berlin, Hamburg, ähm. Ach, Hamburg ist auch drin. Hamburg ist auch mit drin, ähm. Vielleicht der Hafen wahrscheinlich, oder? Der Hafen, ja. Du kommst in so einer, das ist so ein bisschen wie beim D-Day, du kommst an so einer Rache-Mission an. Aber, ähm, es ist auch so, die Missionen wechseln sich fast immer ab. Es gibt immer irgendwelche so großen, epischen Superkämpfe. Das ist übrigens hier mein, äh, Scharfschätzen-Fail, den du vorhin meintest, wo ich, wo es nicht ganz so gut läuft. Ähm, die Missionen wechseln sich halt immer ab. Es gibt immer diese, ähm, tollen, äh, großen Schlachtfelder, wo halt sehr viel passiert und andauernd irgendwelche Jets rumfliegen und man auch die Waffensysteme immer gut wechselt. Und dann gibt's aber auch so eher die ruhigen Missionen, wo man sich wieder irgendwo erstmal durch den Sumpf schleicht und angreift. Bisher so das Missions- Du hast bestimmt auch wieder alle Missionsteam, die du vorher hattest, weil du hattest diese, mit diesem durch den Zug, durch so so ein, auf Zeit durch, hatten wir noch in den vorigen Bonamore-Verteilen auch. Ja, also. Und jetzt haben wir hier die Sniper-Mission. Lass mich raten, was noch kommt. Wir flüchten auf einem Fahrzeug. Ja, check. Okay, dann sicherlich irgendwas mit Flugzeugen oder Helikoptern. Check. Also, das ist auch so. Also, Helikopter, ich verstehe nicht, warum in solchen Spielen immer so oft Helikopter benutzt werden. Weil fast immer, wenn man mit einem Helikopter evakuiert werden wird, wird die abgeschossen oder explodiert. Oder, also, ich finde, Helikopter sind in diesen Spielen das Unsicherste, wo man mal fliegen kann. Also, wir lieber einen Panzer steigen als einen Helikopter. Hier fordern wir so einen A-10-Warzenspein an, damit er den Panzer unten kaputt macht. Also, was auch ein bisschen, du kennst ja Modern Warfare 1 und 2, was auch in der doch sehr kurzen Sorry-Kampagne auch so ein bisschen nervt, ist halt immer so dieses ganz oft wir haben den Bösewicht, wir haben den Bösewicht, wir haben den Bösewicht, er ist entkommen. Also, immer wieder dieses so, oh ja, dieses Schlag mit den Favelas da. Ja, ja. Also, sowas in der Art gibt es ja auch. Zwei, drei Missionen spielen in Afrika. Da gibt es dann so Missionen, die so ein bisschen an die Favelas erinnern. Aber ansonsten ist man natürlich vor allem in urbanen Gebieten drin. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, A-Rail Games, Leute, das ist jetzt ganz schön langweilig, warum sehen wir jetzt hier 8 Stunden in Berlin? Das ist halt immer so diese Sache mit den Spoilern und so. Die ganze Single-Player-Geschichte ist in drei Akte aufgeteilt und in jeder Akt ungefähr aus vier bis fünf Missionen, also rund ein Dutzend Missionen. Wenn man jetzt hier noch drei, vier Missionen zeigt, dann habt ihr vielleicht das ganze Spiel gesehen. Denn ihr kennt ja die New York-Missionen schon von der E3. Man kennt andere Sachen aus Videotradern und deswegen haben wir halt gesagt, wir zeigen hier ein bisschen Berlin und wir zeigen ein bisschen Paris und wir zeigen ein bisschen was von Spec Ops, aber den Rest muss man selber erfinden. Und geht ja auch schnell. Geht ja auch schnell. Aber was zur Grafik. Ich finde die Grafik gut. Ich finde die schick, so wie immer. Ja, das ist wie immer. Ich würde gerade sagen, also ein großer Schritt von Black Ops aus oder von Modern Warfare 2 her konnte ich jetzt bisher nicht so sehen. Also ich fand Black Ops nie ganz so beeindruckend. Von Modern Warfare 2 aus, genau. Es ist halt super flüssig. Es hat wie immer wieder diese 60 Frames, was es so ein bisschen unterscheidet von Battlefield, was für mich nie so ganz so flüssig aussieht. Plus halt die Kantenblättung, die immer aktiv ist, die halt dem Spiel halt immer so... Das ist, muss ich gerade sagen, wenn man hier diese Zäune sieht oder in diese, im Gegensatz zu Battlefield, auch die Entfernung... Ich gehe mal kurz einen abseilen. Großartig. Es ist immer gut, dass das Zäune genau gewarnt ist, dass wir runtergekommen sind. Ja, für Freunde der deutschen Wehrtechnik kommt jetzt nochmal auch ein netter Abschnitt, weil man jetzt natürlich ein kleines deutsches Panzerbataillon, möchte ich nicht sagen, das sind ein bisschen zu viele, irgendwie so ein Panzersquad noch begleiten muss, die da mit zwei, drei Leopardpanzern, ich hoffe, es sind Leopardpanzer, aber es sieht sehr danach aus. Sieht irgendwie an dann? Ich glaube nicht. Also ich würde jedenfalls mit nichts anderem in Krieg ziehen, außer mit Leopardpanzern, wo die doch so extrem cool sind. Aber ich glaube, wir verkaufen die auch an jeden. Also vermutlich eine Deutschlandfahne, damit man auch mal weiß, wo man ist. Ja. Und man hätte sonst nicht erkannt, auch nicht mehr im guten Zustand die Fahne, muss man sagen. Ja. Hier, nehmen wir mal eine Rakete, machen diesen russischen Panzer kaputt hier. Was ich immer erstaunlich finde, auch gerade in diesen Leveln wie Berlin, ist ja, wie wenig sich doch eigentlich so im Grunde seit Call of Duty 1 und 2 verändert hat. Also das spielt jetzt in der jetzigen Zeit, man hat jetzige und moderne Waffen, aber im Grunde, also diese Machart der Mission, die Granatenwarnung, dieses Geh da hin, Schieß alle ab, diese nachspawnden Gegnerwellen. Das ist auch fast so das Gefühl, was ich für einen Multiplayer habe. Ich meine, sie belohnen nur noch noch stärker die einzelnen Kills. Also wenn ich mir so die Modi, was sie bisher so gesagt haben muss, weil die nächsten Hauptnächte, wenn die Server dann halt online sind, auch spielen können, das sieht alles... Ja, man muss auch sagen, dass sie auch bei den Maps natürlich, glaube ich, auch wieder recyceln. Also es sind wieder Karten von Modern Warfare 2 dabei. Du bist gerade auf deine eigenen die ganze Zeit. Ja, das musstest du jetzt ja noch nicht erwähnen. Also der normale Zuschauer wäre jetzt so abgelenkt von unserem Gebrabbel, dass man hier nicht gesehen hat, dass ich die ganze Zeit nicht einmal gestorben bin. Ja, das natürlich erwähnst du nicht. Ja, obwohl das schon der normale Schwierigkeitsgrad ist und nicht hier irgendwie Rekrut oder so. Das ist schon hier Soldat. Allerdings, jetzt wo wir davon sprechen, dauert es nicht mehr lange und das ist schon dieser Leoparder. Und schwupps, ich bin tot. Was guter Moment ist für einmal natürlich wieder wie immer die klugen Kriegsweisheiten und für eine Überleitung zu dem selben Level nochmal. Ja, gut geschnitten, Alex. Ich muss wohl erst nochmal sterben. Genau, geht ja fix. Okay, dann los ist es mir hier. Da hilft mir auch Albert Einstein nicht. So, das ist jetzt hier Paris. Lass mich raten, was mit dem Flugzeug da passiert. Ja, mit der Osprey. Mit der soll ich abhauen. Du wirst nicht glauben, was... Nein, jetzt ist sie kaputt. Das Spiel uns gerade... Oh, 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 oh. Ich gehe lieber aus dem Weg. Ich verstecke mich lieber hier, weil man kann da ranstehen. Und das ist wieder so, dass dieses überkrasse, was Battlefield in der Kampagne halt einfach fehlte. Das fände ich auch. Ich meine, bei Will schützt er ab, du schützt er dir ab, runter Explosion ist okay. Aber hier nahe, das muss riesig auf dich zukommen, auf dich zu rasen. Und das passiert halt an Dauern, dass hier immer irgendwas kaputt geht, explodiert, in die Luft fliegt. Hey, so eine Mission hatten wir auch bisher in jedem Spiel in School of Duty. Ja, also das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Also für mich bis jetzt der Singleplayer ist genau das, was man bei Modern Warfare erwartet. Es ist wie, als ob eine Checklist abgegangen wird. Sie trauen sich nicht, irgendwie was Großes, Neues zu machen, aber bei vielen war natürlich die Angst, dass nachdem die ganzen Chefs von Infinity Ward abgehauen sind und das jetzt so eine Art Mehrfirmenproduktion ist, halt mit Infinity War, Restbeständen, mit Sledgehammer, mit ein paar anderen Firmen. Es fühlt sich, finde ich, trotzdem noch wie ein richtiges Modern Warfare ein. Auch wenn natürlich vielleicht die Missionen, wie gesagt, es gibt halt nur so ein, zwei ganz große, epische Missionen, das ist halt New York und man muss sagen, bei Modern Warfare 2 gab es halt eben auch eigentlich nur so eine 2, 3, die einem so richtig im Gedächtnis geblieben sind. Das stimmt. Aber es ist, finde ich, als Singleplayer ein bisschen besser als bei Battlefield, was nicht so schwer ist, weil der Battlefield-Multiplayer, der ist ausgesprochen dröge und ich glaube, wenn wir Battlefield-Multiplayer alleine bewerten würden, wäre das für uns, glaube ich, eine 7 von 10, also den Singleplayer, verzeihung, den Singleplayer und der Multiplayer von Modern Warfare ist, glaube ich, müssen wir sehen, wie er ist, aber der Singleplayer ist auf alle Fälle auch nur eine solide 8, finde ich, weil er bietet genau das und das Einzige, was er eben wirklich... Das klingt ein Aufguss. Aber er ist ja ein schöner Aufguss. Es ist ein schöner Aufguss, aber es ist vor allem endlich mal ein Ende zur Story. Also ich muss sagen, so langsam, so Captain Price und Soap McTavish und Yuri und so, so langsam habe ich auch die Schnauze voll, zumal die auch nie vorwärts kamen in den Spielen. Die sind ja fast immer nur in Rückwärtsgefechten. Ja, stimmt. Das ist ja fast immer nur entweder auf der Flucht oder was ist kaputt und was ist sowieso... Also ich muss auch sagen, also Spiele, gerade wie diese, ja, ich finde das immer erstaunlich, was für die schlechte Storys die eigentlich erzählen. Dieser ganze Quatsch mit dem Dritten Weltkrieg und wie der aufgelöst wird und mit welcher Selbstverständlichkeit dann wieder irgendwie der russische und der amerikanische Präsident irgendwann wieder fliegen. Ja, ja, das ist so falsche Missverständnis und machen wir hier. Deine Truppe hat das ja gut aufgeklärt und eigentlich hältst du wieder Frieden. Genau, und zum Ende wollten wir jetzt noch mal kurz zeigen eine Mission aus dem Spec-Off-Modus, wo es ja wie gesagt darum geht, in kürzester Zeit bestimmte Missionsziele zu erfüllen. Das Ganze kann man alleine machen auf der Jagd nach Medaille. Man kann es zu zweit online machen oder via Splitscreen. Der Spec-Off-Modus bietet wie immer so Szenen aus der normalen Kampagne, aber mit einem leichten Kniff. Wie zum Beispiel in der normalen Kampagne geht es eigentlich darum, dass man den russischen Präsidenten beschützen muss, der hier an seiner, das heißt nicht Air Force One, das heißt bestimmt so Russki One oder so irgendwie, in der russischen Präsidentenmaschine entführt wird. Und für den Spec-Off-Modus muss ich jetzt innerhalb kürzester Zeit hoch zum Präsidenten, damit ich ihn halt entführe. Also auf Deutsch, ich bin jetzt hier auf der Seite der Bösen und muss hier ganz schnell hoch. Das ist übrigens eine Mission, die im normalen Singleplayer auch mit am spektakulärsten ist, weil dieses Flugzeug andauernd so Druckverluste und Turbulenzen hat und dadurch kommt man sich so vor wie bei Inception, wenn alle gleichzeitig zu hoch fliegen. War das bei, wo war denn diese Mission, gab es doch auch in 2-1? Ja, das war Modern Warfare 1, das war dieser Mile High Sky High Mile Club. Das war ein Bonus nach dem Abspann. Ich muss gleich sagen, das gibt es hier nicht. Bei Modern Warfare 3 kann man den Abspann zu Ende gucken, aber es gibt keine Bonus-Mission oder so. Dann ist einfach Schluss. Dann ist man im Spec-Off-Modus. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck bekommen von Modern Warfare, was es grafisch auf der Xbox 360 kann, was der Singleplayer und Spec-Off-Modus zu bieten haben. Was der Multiplayer dann insgesamt reißen kann, das wird der Jan in den nächsten Tagen herausfinden und dann auch in dem Testbericht hoffentlich erläutern. Und bis dahin hoffen wir, haben wir euch einen ersten guten Eindruck von Modern Warfare 3 vermittelt. Und tschüss sagen, der Alex. Und der Jan. Das Flugzeug wird entflügt. Sie sind im Kopfkrieg. Ihr wurdet besiegt.